Hallo, nächstes Tanzhäppchen, heute gibt's, was gibt's da eigentlich? Rumba-Fan-Singline. Rumba-Fan-Singline. Lasst euch überraschen, wir starten aus der Fan, natürlich, was heißt der Fan-Singline? Wie wir da hinkommen, zeigen wir euch jetzt gleich. So, wir starten aus dem Grundschritt, wir haben unser Seit-Wiegeschritt, wir gehen in die Fan, zwei, drei zur Seite. Wer mit der Fan Probleme hat, haben wir früher schon in einem alten Tanzhäppchen gezeigt, einfach mal gucken. Aus der Fan gehen wir raus, wiege, Schritt, wir gehen der Dame entgegen und wichtig, der Arm bleibt unten. Jetzt überkreuzen wir die Dame bitte auch, wir tanzen, kreuz, rück, die Dame dreht und wir fangen die Dame wieder auf, für die Herren nur einen Seit-Schritt, jetzt in den Kreisel. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs. Closed-Hip-Twist, wiege, Schritt, Damen schließen und wir gehen entweder wieder in die Fan, zwei, drei zur Seite. Oder wir gehen in Damen-Song. Jetzt habt ihr das Ganze einmal ein bisschen schneller getanzt gesehen, wir erklären es jetzt natürlich wieder ganz, ganz langsam in kleinen Stückchen. Die Fan, wie gesagt, die erklären wir jetzt nicht groß, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Wir tanzen unser Seit-Wiegeschritt, wir gehen in die Fan, zwei, drei zur Seite. So, Herren tanzen wiege, Schritt, vorwärts, Damen wie gewohnt schließen vor, vor, zwei, drei und die Herren gehen seitlich Richtung Dame, leicht natürlich am Dame vorbei und der Arm bleibt unten. Dadurch bauen wir hier schon ein bisschen Spannung auf und die Dame kriegt den Impuls zum Rotieren rechts rum. So, jetzt kreuzen die Herren rechts vor links, Damen links vor rechts, so tanzen, kreuz, rück, seit. So, und die Damen nehmen für ihre Drehung den Schwung, den sie vom Seit-Schritt bekommen, mit drehen einmal über ihrem Standbein. Das ist nicht ganz einfach, wir schauen uns das nochmal an. Die Chanan geht auf ihr linkes Bein, schließt das Rechte zum linken und dreht dann hier einmal rum. Wichtig für uns Männer, wir müssen die Hand natürlich wieder fangen, deswegen tanzen wir einfach nur wiege, Schritt, Pause. Wir sind dafür zuständig, dass wir die Dame sauber rausführen, wir tanzen wiege, Schritt, Pause, fangen die Damen und dann geht es direkt wieder weiter in den Kreisel. Wir zählen es einmal im Rhythmus, das Ganze, von vorne mit der Ferien bis dahin, langsam, schnell, schnell, langsam. Wir tanzen schnell, schnell, langsam, schnell, schnell, langsam. So, und jetzt geht es direkt weiter mit schnell, schnell, langsam. Wichtig, wir tanzen sechs Schritte vorwärts. Links geht es los für die Männer, rechts für die Mädels. Und wir tanzen schnell, schnell, langsam, schnell, schnell, langsam. Close Tip Twist hatten wir auch schon mal in der früheren Figur, wir erklären es trotzdem nochmal kurz. Die Herren stehen vorne auf dem rechten Fuß. Wo steht die jetzt schon an? Auf dem linken, oder? Dann auf dem linken. Genau, jetzt dreht die Dame zwischen den Armen des Herren. Und Männer nicht versuchen, die Schultern groß zu drehen, sondern die Damen können dasselbe. Oder wir nehmen nur den linken Arm, Entschuldigung, den linken Arm leicht runter. Und dadurch dreht die Dame. Und wir tanzen, Herren vorwärts, Damen rückwärts. Jetzt seht ihr schon, ich mache die Hände ein bisschen auf, dass die Dame auch wirklich auf ihren Schritt drauf kann. Wiege, Schritt, schließen. Und wenn ihr die Hand drauf nehmt, dann kann die Dame in ein Damen-Solo und zur Seite gehen. Und das ist auch der Ausgang, den wir jetzt als erstes tanzen werden. Wir könnten natürlich auch wieder in die Fan gehen. Nur wer die Fan noch nicht kann, der weiß zwar nicht, wie er reinkommt, aber der kommt zumindest wieder raus. Genau. Super. So, gleich nochmal. Magst du noch irgendwas dazu erklären? Gibt's das für die Mädels? Vielleicht zur Drehung? Eigentlich hast du schon alles erklärt. Ja. Okay, hab ich das heute gut erklärt. Super, du erklär, Bär, du. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, tanzen wir das Ganze nochmal komplett mit dem Ausgang Damen-Solo. Aber du zählst, weil sonst hast du heute noch gar nichts gesagt. Okay. So, dann starten wir mal mit halbem Grundschritt und dann in die Fan. Und Zeit, Wiege, Schritt. Zeit, in die Fan. Zeit, Wiege, Schritt. Achtung, wir kreuzen, kreuz und drehen. Und schnell, schnell, langsam, schnell, schnell, langsam. Wir klappen auf, Wiege, Schritt. Wir schließen, die Hand geht hoch. Damen, Solo und Zeit. Und dann sind wir wieder im Grundschritt. Solltet ihr nicht ins Damen-Solo wollen, sondern in die Fan wollen, dann starten wir nochmal vom Closed-Hip-Twist. Wir tanzen Wiege, Schritt. Schließen, jetzt lasst ihr die Hand einfach unten für die Mädels. Schaut nochmal kurz, was die Canan da bei dem Closed-Hip-Twist für Schritte hat. Sie dreht und geht rechts hinter. Das ist Rück, Platz und jetzt dreht sie nochmal über dem Linken. Schließt den Rechten an den Linken und egal ob Damen-Solo oder Fan, es geht mit links, vorwärts, los, zwei, drei, zum Beispiel in die Fan. So, jetzt tanzen wir das Ganze auf Musik. Wir hoffen, die Figur ist nicht zu schwer, aber ich denke, das kriegt ihr mit ein bisschen Übung hin. Ich hoffe, das Tanzhäbchen hat euch wieder gefallen. Solltet ihr einen besonderen Wunsch haben, was ihr lernen möchtet, schreibt uns einfach einen kurzen Kommentar. Ja, und ansonsten schon dann, was brauchen wir? Einen Like, auf jeden Fall unseren Channel abonnieren, die Glocke anschalten, uns auf Facebook, Instagram folgen und zwar unter Tanzstudio Rippmo und RippmoTV Regensburg natürlich, ganz wichtig. Und viel Spaß beim Üben. Yes. Bis bald. Ciao. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it with who I wanted and I'd never get confronted for it, cause they'd stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl, I swear I'd be a better man. I listen to her. I listen to her. Cause I know how it feels to love a girl. I listen to her.